Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hartz und ich sage Dankeschön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast. Am 5. Oktober ist dieses ganz besondere Tagesseminar Energize Your Life. Und wenn du noch kein Ticket hast, dann habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot für dich, denn die letzten Tickets, die geben wir raus und zwar für nur 99 Euro. Ja, das Ticket kostet normalerweise 290 Euro und du bekommst es für nur 99 Euro. Und dieser Tag ist was ganz Besonderes. Du machst ganz, ja, tiefe, intensive Energiesessions. Du kommst in die direkte Verbindung mit deiner Herzenergie. Das ist die Energie, die wirklich alles möglich macht, der direkte Zugang eben auch zu deiner Intuition. Und natürlich reden wir über das Thema Ernährung. Was ist da wichtig? Wie kommst du durch diese richtige Ernährung in deine Lebenskraft? Du erfährst das Beste aus meinen 20 oder über 20 Jahren Erfahrung eben auch zu den Themen Stressprävention. Wie kommst du aus diesem Gedankenkarussell raus und was hat es mit deinem vegetativen Nervensystem auf sich? Es sind so viele tolle Inhalte und dieser Tag ist etwas ganz Besonderes. Der findet in einer der schönsten Locations statt im gesamten Rhein-Main-Gebiet und ohne zu übertreiben, wir bieten dort so, so, so viel. Du wirst nach diesem Tag in die Umsetzung kommen und wirst in die direkte Verbindung kommen mit deiner inneren Stärke und Kraft. Hier unten unterhalb findest du in den Shownotes in der Beschreibung den Rabattcode und sei schnell und gönne dir noch eins der letzten Tickets und diesmal zu dem absoluten Schnäppchenpreis für nur 99 Euro. Ich freue mich total auf dich. Ja und jetzt möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was der Schlüssel ist, um langfristig gesehen eine glückliche Partnerschaft aufzubauen, aber eben auch um tolle Beziehungen aufzubauen in deinem Beruf, zu den Mitarbeitern, aber eben auch um langfristig erfolgreich zu sein. Und die Rede ist vom Selbstwertgefühl. Und die Frage, die ich dir direkt stellen möchte, ist, wie ist es denn mit deinem Selbstwertgefühl? Kannst du über dich selbst sagen, dass du wertvoll bist? Dass du genug von diesem Selbstwertgefühl hast? Dieses Gefühl ist im Grunde genommen der Treibstoff, der Schlüssel für den langfristigen Erfolg. Es ist der Schlüssel für eine erfüllte Partnerschaft. Denn wenn du es nicht hast, dann probierst du alles zu tun, um dir dieses mangelnde Selbstwertgefühl irgendwie über das, was im Außen ist, ja, zu holen beziehungsweise es irgendwie auszugleichen. Und dieses Selbstwertgefühl ist quasi, ja, ich würde mal sagen, fast schon das Epizentrum unserer Psyche, weil nämlich genau dort, wo du deinen Selbstwert stärken kannst, liegt der Schlüssel für deine langfristige Veränderung. Und nicht nur ich habe ganz viel Erfahrung damit, das Selbstwert zu stärken, sondern eben auch durch die Arbeit mit so vielen Tausenden von Menschen, denen ich schon helfen durfte. Und ich habe keine schöne Kindheit gehabt, das habe ich ja schon oft genug berichtet. Also meine Grundlage war auch nicht perfekt, um mein Selbstwertgefühl zu steigern, beziehungsweise zu stärken, besser gesagt. Aber das ist vollkommen okay. Ich glaube ja nicht an Zufälle, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns unsere Eltern und genau das, was wir als Plattform gewählt haben, als Seele, bewusst ausgewählt haben. Deswegen ist es eben auch an uns, also unsere Hausaufgabe, unsere Herausforderung, wenn wir eben nicht die Grundlage hatten in der Kindheit, und das hatten vielleicht deine Eltern auch nicht, ja genau das in unserem Leben jetzt aus uns heraus selbst zu stärken. Das heißt, dieses Selbstwertgefühl, dieser innere Selbstwert, und egal wie deine Kindheit war und welche Erfahrungen du gemacht hast, liegt an uns, aus der inneren Verantwortung heraus und vor allen Dingen eben auch aus der Absicht, ein schönes Leben aufzubauen, es eben wieder in uns selbst zu stärken. Ich habe Jahre gebraucht übrigens, um das in mir eben auch stark zu machen. Und ich bin da auch immer noch nicht am Ende. Also, wenn du jetzt sagst, mein Gott, das ist bei dir gar nicht so gut, oder du weißt überhaupt nicht, von was ich jetzt hier gerade rede, also ich kann dir 100% garantieren, egal wo du stehst, es lohnt sich, das aufzubauen und einfach mal nach innen zu schauen. Und ja, es ist eine Arbeit, die macht Spaß, weil du wirst einfach von innen heraus immer mehr diesen Selbstwert aufbauen. Und diese einzelnen Punkte habe ich dir natürlich hier in diesem Podcast mitgebracht, was auch du tun kannst. Ich möchte aber mal eine kleine Übung mit dir machen. Mach doch einfach mal eins. Vielleicht, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, bitte nicht beim Autofahren, aber vielleicht sitzt du im Flugzeug oder bist gerade irgendwie zu Hause. Gönn dir doch mal einen kurzen Moment. Vielleicht schließt du auch mal einen Moment deiner Augen, nimmst ein paar tiefe Atemzüge und ich möchte dir mal ein paar Fragen stellen und probiere dir diese Fragen doch mal ehrlich zu beantworten. Glaubst du, dass du okay bist? Glaubst du, dass du so, wie du gerade bist, ausreichst? Und wenn du jetzt sofort Ja sagst, weil du noch gar nicht so oft über dich nachgedacht hast und so salopp sagst, ja klar reiche ich aus und ich bin okay. Dann stell dir doch mal die Frage, warum strengst du dich denn immer so an? Warum arbeitest du so wahnsinnig viel, obwohl die Signale deines Körpers dir sagen, dass du einfach eine Pause brauchst? Warum sagst du ganz oft Ja, obwohl du eigentlich Nein meinst? Und wie häufig fühlst du dich, Achtung, wenn du mit Menschen zusammen bist, die erfolgreicher, schöner und vielleicht irgendetwas können, was du nicht so gut kannst, wie oft fühlst du dich da? Ich sag jetzt mal nicht gut genug, wenn du mit solchen Menschen zusammen bist. Und ich stelle auch immer wieder fest, auch wenn ich mit extrem erfolgreichen Menschen zusammen bin, wenn die unter sich sind und ja, auf irgendwelchen Veranstaltungen dann sich treffen. Und ich habe die dann bei mir im Einzelcoaching. Dann erzählen mir oft Menschen, im Übrigen dann auch in meinen Intensivseminaren und da gehören auch ganz viele Männer dazu, dass sie immer probieren, sich eben auch zu behaupten, gerade dann, wenn eben noch erfolgreichere Menschen in dem Umfeld sind. Stell dir mal diese Fragen. Und wie oft musst du dich denn kundtun, wenn du zum Beispiel irgendwo bei Veranstaltungen bist und erzählst, was du alles hast? Mein Haus, mein Auto, meine Urlaube und so weiter. Kennst du diese Menschen, die dann immer erzählen, was sie alles haben und immer mit dem Etikett, was das alles gekostet hat? Das alles sind Zeichen für Menschen, die eben einen mangelnden Selbstwert haben. Denn wenn du aus dir innen heraus diese Kraft und Stärke besitzt, dann musst du weder permanent trommeln im Außen, um kundzutun, was du alles hast, noch fühlst du dich klein und vergleichst dich nicht die ganze Zeit. Und es gibt so drei verschiedene Arten, um das so ein bisschen festzustellen, wie hoch ist denn der Selbstwert von den einzelnen Menschen. Und ich muss es dazu sagen, auch ich arbeite da immer noch an mir dran und die meisten Menschen haben nicht genügend Selbstwertgefühl. Und da können wir natürlich gleich oder ich gehe gleich nochmal intensiver darauf ein, ja, was man dann tun kann, um eben wieder in seine Lebenskraft, in dieses Selbstwertgefühl eben reinzukommen. Das gibt so drei verschiedene, naja, ich will mal fast sagen, Typen von Menschen, wo du sehen kannst, dass die eben einen Mangel an Selbstwertgefühl haben. Das Erste sind die, die immer in ihrer Opferrolle sind. Die jammern auch den ganzen Tag, dass sie das einfach nicht können. Die machen ihr Thema permanent groß. Ach ja, das kann ich ja nicht. Du bist ja viel besser. Kennst du die, die im Grunde genommen den ganzen Tag immer über die Dinge sprechen, die sie nicht können? Die zeigen das genau über diesen Weg. Die zweiten sind so die Unauffälligen, aber die betreiben eine Vermeidungsstrategie. Und diese Vermeidungsstrategie, ja, die lässt sich relativ schnell erkennen. Die Motivation von den Menschen ist, dass sie immer lieb und artig sind. Bloß nicht auffallen. Bloß nicht anecken. Bloß keinen Fehler machen. Und die strengen sich auch immer total an, um allen alles recht zu machen. Wenn ich mit solchen Menschen zusammen bin und denen sage, sie sollen mal vor der Gruppe mal richtig aus dem Sattel gehen, dann ist das das Schlimmste, was du diesen Menschen antun kannst. Gut, vor einer Gruppe muss es auch nicht immer unbedingt sein. Aber ich will nur damit sagen, es ist dieses Gefühl von um Gottes Willen. Ich will bloß nicht abgelehnt werden. Ich achte nicht auf meine eigenen Bedürfnisse, weil ich muss unbedingt gefallen. Das ist auch ein glanzklares Zeichen, falls du dich jetzt wiederfindest, für Menschen, die zu wenig von diesem Selbstwert haben. Das sind auch die Menschen, die sich dann eben auch zurückziehen und oft Versprechen machen und sie dann auch nicht einhalten. Also es gibt die einen eben auch wie die anderen. Und weißt du, da gibt es kein Gut und Schlecht. Es ist nicht so, dass der eine gut ist und der andere schlecht. Und wenn du dich da wiederfindest, dann empfehle ich dir wirklich, dieses Selbstwert wieder aufzubauen, weil es wird dein Schlüssel sein und deine Wünsche. Und das wünschen wir doch alle, eine erfüllte Partnerschaft, erfolgreich zu sein im Beruf, eben ein schönes Leben zu haben. Das ist ja das, worauf du zurückblickst am Ende deines Lebens, dass du das wieder stärkst und in dir aufbaust. Im Übrigen auch als Unternehmer, als Unternehmerin, als Selbstständiger, egal wo du gerade stehst. Und die dritte Kategorie, ja, da gehörte ich dazu, ja, das sind die Revoluzzer, das sind die Lauten. Hier soll natürlich auch keiner feststellen, wie niedrig das Selbstwert ist, aber die verstecken sich dann eben oft hinter dem Trommeln. Ich war dann früher auch zu laut. Und zu laut nicht mit dem, was ich alles hatte, denn ich hatte nichts, aber ich habe einfach diese innere Einstellung gehabt, so, Freunde der Nacht, jetzt gehe ich in den Widerstand, jetzt gehe ich in den Angriff. Und diese Menschen, die so in den Widerstand gehen, in diesen Angriff, die müssen auch immer kundtun, dass sie mit sich das nicht machen lassen. Also du merkst auch, die haben überhaupt nicht dieses innere Gleichgewicht. Ich habe Jahre gebraucht, um für mich zu erkennen, dass das ein mangelndes Selbstwertgefühl ist und dass ich in mir die Stärke aufbauen darf. Ich meine, müssen tust du gar nichts. Und nachdem ich so viele Jahre schon darin gearbeitet habe, kann ich heute sagen, ist es schon viel, viel besser. Ich kann heute in mir ruhen und muss eben nicht mehr in den Widerstand gehen, in den Angriff. Aber wenn du solche Menschen kennst, dann darfst du auch Mitgefühl haben, denn die machen das nur aus einem Grund. Weil ihr Selbstwertgefühl zu schlecht ist. Naja, und dann sind das eben auch die Menschen, die so ein bisschen auch trommeln im Außen. Also die, die du eben auch bei Social Media siehst mit ihren dicken Autos, mit diesem, guck mal, ich habe jetzt, keine Ahnung, den letzten Monat so und so viel tausend Umsatz gemacht und so weiter. Also nichts gegen die, die damit ihr Geld verdienen und die dir eben auch marketingstrategisch Dinge verkaufen wollen und das dann damit nutzen, um vielleicht auch die Kunden zu gewinnen. Sondern ich rede auch von denen, die dir eben mal beweisen müssen, was wir alles haben. Und im Kontext sagen sie natürlich auch, ach, es ist ihnen gar nicht wichtig. Kennst du die? Also, hab da ein bisschen Mitgefühl. Und wo kommt das denn eigentlich her? Was ist denn der Grund für dieses mangelnde Selbstwertgefühl? Da hängt übrigens auch das Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein zusammen. Das ist natürlich in der Grundlage unserer Kindheit entstanden. Das heißt, dort, wo wir aufgewachsen sind, haben uns meistens unsicher gefühlt oder wir haben eben das Urvertrauen nicht aufgebaut in den ersten sechs Lebensjahren. Und wenn du als kleines Mädchen, als kleiner Junge gehänselt worden bist oder du hast dieses Gefühl bekommen, dass du es nicht wert bist, dass man sich um dich kümmert, weil man sich oft alleingelassen hat. Wenn du vielleicht dich immer alleine mit dir beschäftigen musstest oder Mama und Papa nie da waren oder du das Gefühl hattest, dass du dich am Ende immer um Mama und Papa kümmern musstest, weil die haben ja genug eigene Probleme, dann kann es sein, dass du dieses Urvertrauen eben nicht aufgebaut hast. Das heißt, diese Geborgenheit und Sicherheit, dieses Urvertrauen, was wir brauchen in der Kindheit, ist oft die Grundlage dafür, wenn wir zu wenig Selbstwert haben. Es ist aber auch so, wenn du nicht gefördert worden bist in deiner Entwicklung, also diese typischen Kinder, wenn du da auch zugehörst, dann hast du damit auch wahrscheinlich zu wenig Selbstwertgefühl, die immer gehört haben, um Gottes willen, mach das nicht. Sei vorsichtig, um Gottes Willen, was kann denn da alles Schlimmes passieren? Das sind die Kinder, die sich nie wirklich abgekapselt haben von Mama und Papa, die ohne Mama und Papa in die totale Unselbstständigkeit kommen und dieses Gefühl von, um Gottes Willen, du darfst nicht deine wirklichen Erfahrungen sammeln, deine eigenen Erfahrungen und darfst mal ordentlich auf die Schnauze fallen, weil Mami und Papi halten ja immer die Hand über dich, das kann eben auch dazu führen. Und egal, wo du dich jetzt selbst wiedergefunden hast, es gibt die Lösung, da rauszukommen. Und wie ich es am Anfang von diesem Podcast gesagt habe, ich weiß, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und aufgrund des sehr tiefen Zugangs, die ich zur Ursprungskraft habe, dass du als Seele kein Zufall bist und du suchst dir deine Plattform ganz genau aus. Und es kann sein, dass du das als Lebensthema eben dir auch gewählt hast. Der erste Schritt besteht mal darin, dass du mal wieder wahrnimmst, ins Bewusstsein gehst, was kannst du denn richtig gut? Du hast es schon oft gehört, dass es vielleicht wichtig ist, aber lebst du es denn auch? Frag doch mal deine wirklichen, echten und guten Freunde, was du richtig gut kannst. Worin gehst du auf? Was kannst du besonders gut? Was ist das bei dir? Bist du mutig? Bist du aufmerksam? Kannst du gut zuhören? Bist du so ein Stratege? Bist du mathematisch richtig gut, mega gut im Organisieren oder vielleicht auch total kreativ? Und es geht jetzt darum, dass du dieses Selbstwert, dessen, was du wert bist, jetzt groß machst, aus dir heraus. Das ist anstrengend, weil du musstest immer wieder ins Bewusstsein rufen und es wäre ja so viel leichter, wenn die anderen es dir sagen, anstatt, ja, wenn du es dir selbst sagst. Das bedeutet, der erste Schritt ist, das Bewusstsein aufzubauen für das, was du richtig gut kannst. Der zweite Punkt ist, worauf richtest du denn deine Aufmerksamkeit? Wenn du es gewohnt bist, dich immer nur auf die Dinge zu konzentrieren, die du nicht gut gemacht hast, ich kenne das auch, da sind tausend Sachen, die hast du richtig gut gemacht, du hast ein tolles Projekt aufgebaut, du hast lange daran gearbeitet, du warst da sehr fleißig, du hast dich, ja, ganz, ganz viel damit beschäftigt und endlich ist dieses Projekt am Start. Und dann, was machst du, nach ein paar Wochen, du fokussierst dich wieder auf das, was noch nicht am Start ist, als auf das, was du wirklich gut gemacht hast, ich kenne das auch. Richte deine Aufmerksamkeit eben auch auf die Dinge, die du jetzt schon richtig gut gemacht hast und übe und lerne das, wirklich diese Fokussierung zu trainieren. Und am besten hängst du dir zu Hause irgendeinen Reminder auf, dass du jeden Tag in die Fokussierung gehst, was hast du richtig gut gemacht. Übe dich darin, wenn du mit Menschen zusammen bist, deine Energie so aufzubauen, dass du in deine Königinnen- und Königenergie hineingehst und vor allen Dingen tief in dein Herz hinein ein- und ausatmest und dir bewusst machst, dass du ein geliebtes Wesen bist, was nicht durch Zufall auf diesem Planeten Erde ist. Du bist kein Zufall. Das heißt immer dann, wenn du dich klein machst, musst du nicht trommeln, du musst nicht laut werden, aber erinnere dich daran und baue dich innerlich auf. Und wenn deine Glaubenssätze kommen und die sagen dir, naja, das bildest du dir ja nur ein. Und deine Glaubenssätze sind ja nichts anderes als die Dinge, die du oft genug trainiert hast, zu glauben. Die haben im Übrigen nichts mit deinem Wert zu tun. Die haben nichts mit deiner Wertigkeit zu tun. Das sind einfach nur Sätze, Annahmen, die du glaubst, weil du sie oft genug trainiert hast in deinem Gehirn. Das heißt also, mach dich jetzt auch groß und übe dich darin, deine Stärke aufzubauen. Dabei musst du nicht laut werden. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgebracht habe, der ist mit einer der wichtigsten. Denn die Erfahrungen, die du in deiner Kindheit gemacht hast, diese tiefen intrinsischen Erfahrungen, die du gemacht hast, die sich als Programm in deinem Unterbewusstsein, vielleicht auch als Traumata versteckt haben, dass du angeblich nicht gut genug bist, dass du kein Vertrauen haben kannst und dass du es nicht wert bist, dass man sich um dich kümmert, das kannst du lösen. Das sind diese tiefen Energiesessions, die ich bei allen meinen Intensivseminaren mache. Und wenn du dann in die Lösung kommst und fühlst und spürst, vielleicht auch eine Situation, die dir ins Bewusstsein kommst, bei diesen tiefen Energiesessions, dass deine Eltern es gar nicht böse gemeint haben, dass deine Oma es vielleicht gar nicht böse gemeint hat, weil du dann erkennst, dass sie selbst in diesem Dilemma war und dass es deine Aufgabe ist, es in dir zu stärken. Und wenn du dann die Liebe durch dich hindurchfließen lässt, und das mache ich bei diesen Energiesessions, dann heilst du und dann löst du diese Programmierung. Und wenn du dann die Werkzeuge lernst anzuwenden, die ich eben beschrieben habe, dass du dir deiner Stärken bewusst wirst, dass du mutig wirst, auch wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, dass du anfängst, deine Wahrnehmung zu schulen, Stück für Stück, jeden Tag ein bisschen mehr, dann verspreche ich dir, dann wirst du zu mehr Selbstwert kommen. Und es gibt so viele Menschen, die wünschen sich eine wunderschöne Beziehung. Aber was sie oft machen ist, dass sie genau auf den Partner, auf die Partnerin das projizieren, was sie in sich selbst nie aufgebaut haben. Und es gab schon so viele Menschen, die gesagt haben, Kerstin, kannst du nicht mit Marco mal zusammen Podcasts machen, wie man eine tolle Beziehung aufbaut. Ja, keine Ahnung, ob ich das irgendwann mal mache. Aber ich wehre mich gerade so ein bisschen dagegen. Warum? Weil natürlich ganz viele Sternchen da draußen schon diese Podcasts gemacht haben. Und die sind gar keine Beziehungscoaches, bin ich im Übrigen auch nicht. Aber einer der Schlüssel, warum ich und Marco so eine tolle Beziehung haben, ist mit Sicherheit auch, dass wir uns gegenseitig stärken, aber nicht das Vakuum, was der andere noch hat, auffüllen und dem anderen signalisieren, dass das, was wir in uns selbst drin nicht gefunden haben, über den anderen finden müssen. Wir sind beide mittlerweile sehr selbstwertige Persönlichkeiten. Und das ist mit einer der Schlüssel. Das heißt, wenn du eine Beziehung aufbauen möchtest, die eben aufgebaut ist, auf Liebe, Selbstwert und vor allen Dingen eben auch auf eine erfüllte, schöne Zeit zusammen, dann fang bei dir an. Nicht bei deinem Partner, bei deiner Partnerin. Beginne bei dir und löse diese Programmierung auf. Fange an, dich wieder hochleben zu lassen. Und egal, wo du gerade stehst. Ich weiß das nicht nur durch mein Wissen mit vielen Tausenden von Coachings, sondern vor allen Dingen eben auch. Und das habe ich mich früher übrigens nie getraut zu sagen, weil ich diese direkte Verbindung zu dieser Ursprungskraft, zu dieser Energie fühle. Du bist kein Zufall. Du bist ein wertvoller, großartiger Mensch und du hast eine wunderschöne, großartige, wertvolle Seele, die sich ganz bewusst die Dinge ausgesucht hat. Und dazu gehört vielleicht auch bei dir, dein Selbstwertgefühl aufzubauen. Wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, dann schreib an die office-at gesund-mit-plan.de office-at gesund-mit-plan.de und dann bekommst du ein kostenfreies Beratungsgespräch von mir. Und vergesse nicht, am 5. Oktober 2024 ist Energize Your Life. Du bekommst die letzten Tickets für 99 Euro. Sei bei diesem unfassbar tollen Event mit dabei. Ich freue mich auf dich. Und da kommst du auch in die direkte Verbindung zu der Kraft, die durch alles in diesem Universum fließt. Ich wünsche dir einen superschönen Tag. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit von Herzen. Nur das Allerbeste. Deine Kerstin Deine Kerstin Deine Kerstin Vielen Dank.